Hallo, hallo, ähm, das, das und das hier, ähm, äh, oh Gott, jetzt bin ich gerade verwirrt, äh, ja genau, das, 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 das muss ich nach unten, sehr schön. Alles ist an, äh, hier, dann gehen wir rein ins Spiel, man sieht's, in der Woche, wo die Kinder da sind, ist ein bisschen was passiert, mehr als ein bisschen was, und, ja, ähm, hallo, so, äh, ich würde sagen, wir gehen als erstes mal in die Neta, da ist nämlich auch viel passiert, da war ich ausgeschieden sehr viel Farben, kann ich euch hier zeigen, 28 Netherite gefarmt, ja, hier ist auch ein bisschen was passiert, ähm, und hallo an alle auf YouTube, so, äh, okay, das hat sich die Minimap aktualisiert, So, gehen wir mal schnell in den Nether, ähm, Portal müsste hier lang gewesen sein, ähm, Portal? Äh, stopp, hier lang, immer Darko sein, zwei Blockgängen hochfolgen, zwei Blockgängen hochfolgen, alles klar, Eik, Schlafmangel macht sich bemerkbar, ähm, ähm, Moment, Hallo? Hä? Hä? Okay, ich bin da, Und ich höre ganz viele Zombies, und tschüss! Jep, und tschüss! Au! So ein Arsch! Sag mal, geht das nicht? Doch, es geht! Yeah! Defigur, die 151, ja, da ist ein bisschen was passiert! Oh mein Gott! Hey, nein! Geh weg von mir! Du gehst mal schön weg! Du kannst nach oben fliegen! Ja, hier ist der Nether! Nee, hier ist ein bisschen was passiert! Und da ist schon wieder so ein Skelettwürmchen! Ja, ähm, für alle, die sich jetzt fragen, wie ich das gemacht habe, hier ist Weinmeiner draus! Äh, machen wir einfach mal hier! Hab ein bisschen Weinmeiner benutzt dazu! Sind zwar sehr viele Dias da dabei draufgegangen, aber... Ich hab gut Ancient Debris und Naterite gefarmt dabei! Und XP natürlich, dass ich schön verzaubern konnte! So, aber... Heute geht's weiter im Geschäft! Jetzt hab ich das Zeug mitgenommen, was ich gar nicht will! Äh, das da... Das kommt weg! Das da rein! Das da rein! So, als erstes... Ich hab eine Quest aus Versehen fertig gemacht! Die mit den Bananen! Und die hab ich ganz einfach gemacht! Ich hab, äh... Jungle Leaves abgebaut! So! Da haben wir die Hose! Äh... Enable Walls Climbing... Geil! Schau mal! 6,2... 6,0,2... Müssen wir mal hier gucken, ne? Ey, die ist ja cool! Kann ich jetzt echt mit der... Hö, geil! Ey, das macht sich gut zum Farmen! Also, wenn man hier erkundet... Hier ist alles fertig! Nice! Also, die muss verzaubert werden, die Hose! Das steht fest! Du kommst mal da rein! Money! Stopp! Der Fehler ist mir einmal passiert! Nie wieder! So! Das lassen wir da drinne! Ähm... Die Pokébälle bleiben! Die Pik kommt erstmal wieder dahin! Quest haben wir wieder eine erledigt! Und zwar diese hier! Ich hab auch... In der ganzen Woche nach Schildkröten! Nach Delfin geguckt! Und... Nicht Delfin! Nach... Hain! Ich hab einfach nichts gefunden! Aber ich weiß, wie wir diese Quest jetzt fertig kriegen! Und die werden wir jetzt in Angriff nehmen! Ich brauch das dazu! Ich brauch das dazu! Ich brauch Farbe! Ich will die Farbe ich haben! Machen wir Gelb! Und ich brauche... Lass mich... Your Base hat sich auch ein bisschen verändert, wie man sieht! Ich brauche das da! Äh... Das dahin! Das dahin! Ne, stopp! Erst muss ich die ja farbig machen! Äh... Ich glaub, so war das! Das war so! oh! Ok, die waschen wir dann später wieder! Nein! Äh... Right Click um mit... Ach nee! Mit Farbe! Och... Scheiße! Egal! Ähm... Böböböböböböböböböböböböb! Ich brauche Farbe! Ich brauche ganz viel Farbe! Da haben wir ganz viel Rot. Und ich brauche was zum Hochstecken. Wir nehmen das da. Man hört sicherlich auch, mir geht es sich da echt geil. Also, krank ist so vorbei. Äh, wo stecke ich denn mich hoch? Hier. Aber so ganz auskuriert ist man ja nie. Äh, aus. Sehr schön. Ich habe das im Übrigen im Singleplayer getestet. Auf meiner Testwelt. Für alle, die sich gleich fragen, was ich da mache. So, so. So. Genau. 2, 3. 2. 3. Dann hier drüben. 2, 3. Okay, das sieht falsch aus. Wenn ich das mal so sagen darf. Das sieht mal sowas von falsch aus, was ich da baue. Oh, ist mir lade. Ich will die Quest haben. 2. 3. So, ob das jetzt schon ausreicht, weiß ich tatsächlich nicht. Und ich höre die Hühnchen-Gag an. Mann, 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 ey. So. So. Na, wo bleibt meine Hintergrundmusik? Da kommt sie. Das, 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 das. Bis dahin. Das machen wir jetzt da oben auch. So. Au. Das machen wir hier natürlich auch noch mal. Man muss halt wirklich so ein hässiges Riesending bauen um den Wind einzufangen. Ich weiß nicht, was der Skriptschreiber sich dabei gedacht hat, aber ja, er will das so. So, dann noch mal hoch hier. Ja, Catch the Wind, fertig. Jetzt sind wir hier bei 83, aber das hier habe ich nie herausgefunden, wie man diese Quest erledigt. Hier wird mir auch nichts angezeigt, das ist seltsam. Ja, jetzt kriege ich ganz viel Windzels wieder, schön. Habe ich mir schon immer gewünscht. Wieso werden die wieder weiß? Ich habe die doch eingefärbt. Und ich sliege mit Absicht keinen Bock, dass hier wieder alles abgebaut wird. So, und hier drüben noch. So, dann können wir das gleich wieder anschalten. Nein. Nein. Ähm. Oh. Ey, da oben liegen? Nö, 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 nicht mit mir hier. Da oben liegen noch welche. Ne, die will ich haben. Äh. Gibt da noch irgendwo was? Ja, da liegt natürlich auch noch was. So, da lagen sogar mehr. Da liegt noch eins. Nö, nö. Hier, komm. Zum Papa. Anschalten. Und wieder weg hier. Ähm. Da ist eins runtergeplumpst. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh. Da ist eins runtergeplumpst. So. Ja, ich glaube, das waren halt 55 Stück, die wir hatten. Ich glaube es. So. Aber nächste Quest. Unleashed. Äh. Das kommt da rein. Das kommt draußen rein. Das Money kommt in die Bank und später wieder in die Geldbörse. Die Farbe kommt da rein. Das kommt draußen. Den Blobfischhammer gefangen. So. Dann. Ich weiß nicht, ob das eine Uhr oder ein Kompass war. Es war eine Uhr. Das ist ein Kompass. Okay. Ich korrigiere mich da doch gerne. So. Die Hammer. Und als nächstes. Brr. 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 Ach, Moment mal. Äh. Death Shider 2. Ja, reicht vollkommen aus. Hammer. 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 Und der nächste Questabschnitt ist fertig. Ah. Doch nicht. Okay. Aber den Kompass behalte ich. Pück, pück. Ähm. Na ja. Gut. Komm. Also. Ich reparier das nochmal schnell. Und dann brauche ich die Diaz halt einfach überhaupt nicht mehr. Lol. Ähm. Wo ist denn jetzt? wieder im Gepäck. So. Repariert. Hammer. Ähm. Der ist aber auch noch nicht ganz fertig. Da fehlt wieder irgendwas. Aber was. Hä? Ich verstehe das nicht. Äh. Da hin. Ich verstehe das einfach nicht. Wie viel haben wir jetzt hier drinnen? 172. Ja. Äh. Das ist zum Verkauf. Ne. Das hier würde ich gerne haben. Ähm. Den Mob Beacon müssen wir holen. Den Deforester hätte ich natürlich auch gerne. Oder den Kreativmotor. Mh. Das kostet mich 500. Ah. Ja. Komm. Es gibt ein Achievement. Chemical X. Ich weiß nicht für was das ist. Ich muss einfach mal gucken. Hab ich hier irgendwo Potions? Nö. Aber warum? Das ist wie hier oben. Oh. Da. Ah. Ich brauche eine Naterade. Oh. Jetzt wissen wir warum das nicht fertig ist. Äh. Stickerinos. Dias. Da haben wir sie. Der Questabschnitt ist komplett. Nice. Aber trotzdem fehlt hier noch irgendwas. Da wird sich bestimmt noch was öffnen. Ähm. Ja. Ja. Das Enderportal habe ich im Übrigen auch gefunden. Ich muss mal ganz kurz raustappen. So. Das hat der Ike auch gefunden. Äh. Hier gibt es wieder Money. Nein. Dann habe ich die 500 erfasst wieder drin. Ja. Die habe ich drin. ohne. Ohne. So. Äh. Aber. Ich habe halt nichts gefunden was in die Richtung dieses Blockes geht. Äh. Das war der Mark. Den haben wir ja. Ähm. Hier gibt es ein Essen. Waffen haben wir ja komplett alles abgeschlossen. Das ist nicht das Ding. Und da gibt es auch nichts weiter. Äh. Na hier ist die Crate Mod. Rein theoretisch. Es müsste. Die sein. Die sieht nämlich eins zu eins so aus. Aber die haben wir ja schon mehrfach bauen müssen. Wie ist es also nicht. Also irgendwas mit Gold, Rand und dunkler Fläche. Hm. Hm. Gibt es einfach nichts. Hier kommen jetzt die ganzen Vanillasachen. Gibt es einfach nichts. Na wer wäre es. Vielleicht finden wir es noch was. Ansonsten gehe ich dann mal auf die Testwelt. Um mit euch zu sammeln. Ja. Mobs. Ja. Da sind auch ein paar gefallen. Tatsächlich. Ähm. Fauna. Ich brauche immer noch ein Baby Elefant. Ich brauche die Split von einem Komodowaran. Ich weiß gar nicht ob die nachgespawnt sind, die ich das letzte Mal gekillt habe. Äh. Ähm. Allöchen Excuse More. Ähm. Hi Nitro Pro. Ähm. Discover a Soul Full Tour. Ich muss mal gucken was das für Mobs sind. Nein das erstes Buch will ich nicht. Das da will ich. Äh. Irgendein Fuldoos. Äh. Bop 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 bop. Hier. Äh. Wizard Remains Along Dead Birds. Zertraunt by Nether Souls. Ach. Leck mich doch am Hintern ey. Nenn mich Cookies. Ich finde nicht so wie du dastehst. Ähm. So Fly. Davon habe ich überhaupt nichts. Das müssen wir auch noch machen. Ach du Heimatland. Wild Hummingbird. Wild Hummingbird. Wild Hummingbird. Was ist denn das für ein Vogel. Was. Was. Okay. Wollen wir mal gucken. Ne. Das ist ein Sakurawald. Äh. Blumenfeld. Wollen wir mal sagen. Gedöns. Hätte ich gerne. Äh. Da hatten wir ja beim letzten Mal aufgehört. Das hatte ich offscreen gemacht. Natürlich nirgends wo ein Dschungel ist, das ist so klar. Ein Blumenwald. Okay, die folgen Blumen, die kann ich unterwegs fahren. Nehme ich jetzt nicht mit. Ein Bärchen müssen wir auch noch tamen. Ein Krokodil müssen wir ausbrüten. Aber wie bringen wir die dazu, dass sie pimpern? Tame jemand des Schrimps. Ja. Baby Elephant, make Elephant, ride more comfy. Ich bin doch schon auf meinem Geritten. Ich verstehe das nicht und den anderen kann ich mir nicht tamen. Auf jeden Fall den Honig nehmen wir jetzt da mit. Den nehmen wir mit. Ähm, das bleibt hier. So, das Buch nehmen wir mit. Ähm, das Pferd lasse ich auch hier. Jetzt geht ich durch. So, gucken wir erstmal nach einem Grizzly-Bär. Gehen wir aber Richtung... Dingsbums. Wassertempel. Am besten. Ähm, brauche ich noch irgendwas? Essen. Essen, essen, essen. Essen ist wichtig. Die da nehmen wir auch mit. Das da nehmen wir mit. Das nehmen wir vorsichtshalber mit. Äh, und das da nehmen wir mit. Und hier für Speed. Und... Genau. So... So... Ansonsten brauche ich erst einmal tatsächlich nichts. Stimmt. Heute ist ja Nikolaus. Du bist nicht der Nikolaus. Ich müsste die Difficulty wieder runterfressen mit den Herzen. Das ist nicht mehr normal. Und du bist auch nicht der Nikolaus. Alter, das Ding hat über 70 Herzen. Willst du mich verarschen? Du hast mich erwischt, ne? Dumm ist nur, dass die jetzt nicht gerätet werden im Questbuch. Na, komm. Wow. Wow. Ähm... Du bleibst bei mir. Du gehst nicht fliehen. Warum hab ich denn... Hat der einen Kompass getroppt? Was ist denn das für ein Dulli? Äh... Äh... Nikolaus, Geschenk. Eik. Joach. Nehme ich Danken dann. Dat nehmen wir doch Danken erst mal. Und da, seine Kiste gucke ich in der Träne. Ey, dann könntest du ja jetzt mit Auto fahren. Ja, gut. 36 Eisen dafür. Holy shit. Ein Dreirad will ich nicht haben. Ne, Go-Kart auch nicht. Äh... Äh... Ich hab auch gar nicht so viel Fuel. Dat werden wir auf jeden Fall noch machen. Dat werden wir noch machen. Ähm... Hier rein. Geld sagt erst mal da rein. Die Goggles, die... Müssen wir noch verzaubern, tatsächlich. Genetik. Mushrooms. Born Egg. Das ist immer gut. Äh... Essen nehme ich auch mit. Der kann hierbleiben. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Äh... Mending. So. Wir haben Tag gemacht. Wir suchen uns einen Chrisley. Und nebenbei gehen wir zum Wassertempel. Keine Briefe. Okay. 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 Wenn ich jetzt weiter in die Richtung renne, da ist alles aufgedeckt. Okay. Äh... Darko wollte ja unbedingt eine Schrenzstrecke bauen aus diesem komischen Hütchen, die wir das letzte Mal hergestellt haben. Ich hab uns da aber schon eine lange Straße ausgeleuchtet. Ich denke mal, wenn das Pack sich dem Ende neigt, werden wir noch ein Straßenrennen machen. Das muss dann einfach sein. So. Schaff ich. Äh... Oh. Ne, da hab ich schon reingeguckt. Dann definitiv in die hier auch. Ja. Was wird uns im Wassertempel erwarten? Bis auf Zombies spawnt hier ja nix. Äh... Was wird uns erwarten? Außer Zombies natürlich. Natürlich. Hm. Irgendeinen Boss-Mob muss es doch da drinne geben. Irgendeinen Boss-Mob wird es doch geben. Ich hab schon Deathstrider 2 auf den Boots und ich bin immer noch lahm. Delfi, den nutz mal. Komm, du kriegst deine Mauer zum Spielen. Danke. Äh... Los. Guck gar nicht mehr hinterher mit Rändern. Wo bist du? Da hast du was zu spielen. Brauch ich alles nicht. Da hast du eine Kiste. In die hab ich noch nicht reingeguckt. Das nehm ich mit. Äh... Das auch. Knochen. Vorsichtshalber auch. Ui! Noch eine Kiste. Da komm ich nicht ran. Und ich höre meine Kollegen. Ne, 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 ne. Nicht mit... Ähm... Okay. So. Das nicht. Äh... Wassertämpel da lang. Ah, immer noch 400 Meter. Ich hätt bei dem Tempel anfangen sollen zu streamen. Äh... Das da hin. Ne, das bleibt dort. Das Brot da hin. Das ist einiges. Äh... Ja, du bist eingesperrt. Das End habe ich mir im übrigen auf der Minimap mit E markiert, der nimmt irgendwie nur das Enderportal, der nimmt irgendwie immer nur den Anfangsbuchstaben, aber gut, wir wissen wo es ist und darum erst mal zu KW. Okay, so, wir sind angekommen, die kommt jetzt erst mal raus, ich habe das aber anders in Erinnerung, da ist er, wir snacken nochmal ganz kurz Luft, ich habe vergessen was mitzunehmen um zu atmen. Scheiße! Ah, äh, ich müsste nochmal ganz kurz und so, ne? Haben wir hier irgendwas, womit ich mir schnell eine Tür zimmern kann? Sonst snack ich mir jetzt die Türen hier drinnen. Sonst snacken wir uns hier drinnen ein paar Türen. Äh, böp, 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 böp. Fackeln werde ich auf jeden Fall brauchen, damit es hell ist da unten. Oh, äh, nein. Hier. Lol. Das erste Haus hat natürlich keine Türen. Geht weg! Ihr seid alt und vergammelt, geht weg von mir! Oh, ne, jetzt habe ich hier so einen Crab eingesammelt! Ach man, scheiße! Raus damit! Raus damit! Raus damit! Raus damit! Raus damit! Raus damit! Aber wir haben ein bisschen was an Türen! Passt! Natürlich springe ich direkt auf die Kante, ach komm! Komm! Kannst du doch keinem erzählen! Highframe, Willi! Schade, dass ihr keinen Schwimmboost gebt! Und tro... Immer noch kein Hai! Warum? Ähm, wo waren... Da! Ich mag die Dinger, ey! Die sind voll cool! Es gäbe die einen Orca-Smite! Ich weiß nicht, was das macht, aber ich mag die Tierchen! So, Luft tanken! Ich könnte tatsächlich mit der Weinmeiner-Picke ein bisschen Spaß haben hier drinnen! Umso schneller sieht man, wo was ist! Oh, bisschen Gold! Ja, komm! Nimm mal mit! Für Gold, öppel! Ah, ihr spawnt einfach nichts! Ist ja alles ausgeschaltet, alles klar! Ähm, irgendwo müsste noch so ein Raum sein! Hier ist auf jeden Fall ein Boss-Mob-Raum! Ich wollte das eigentlich schon mit Darko zusammen machen, aber der kommt heute ein bisschen später! Ähm, okay! Der kommt heute leider etwas später! Seelatern hätte ich tatsächlich gerne noch! Ach, da hätte... Die würde ich gerne anders abbauen! Mit Zig-Touch! Ich hoffe, ich habe die jetzt so eingesammelt! Hier! Hallo? Hier! Kommst du? Gut! Äh... Oh, hä? Was soll denn das? Bau dich ab! Da oben schwimmt noch welche! Irgendwo muss noch eine schwimmen! Aber wo? Da! Erwischt! Kleiner Schlingel, du! Sechzehn! Gab es doch immer zwei Räume mit Schätzen, beziehungsweise einen, wo es Gold gibt, und dann die ganze Schwämme! Die hätte ich gerne! Die kann man mir schön zum Trollen nehmen! Ich weiß noch nicht, wie der Raum aussieht! Ganz kurz Luft snacken hier! Äh... Das kommt da mit rein! En... Ah ne... Das lassen wir mal hier unten so frei! Gibt's hier Schwämme drin? Nö. Ey, das ist grad voll fies. Das ist voll fies. Ich will schwemme. Gib mir die Schwemme. Sonst baue ich das ganze Ding gleich ab. Ähm, ja gut. Da haben wir sie schon. Okay. Umsonst zu viel abgebaut. Yay. Ich wollte schon sagen, warum bestimmt dort Cobblestone, aber okay. Ich denke mal, 32 Schwemme, ja, die reichen easy. Nein. So, Luft snacken. Das ist da rein, das ist alles rein. Die Türen, ja, gut. Teddybär ist jetzt dran. Und es ist Nacht und ich hab kein Bett dabei. So eine Scheiße. Kacke, was mach ich denn jetzt da? Also, werd ich jetzt auf jeden Fall Blöcke brauchen. Vor allem, wenn ihr... Unsichtbare Cobblestone. Tschüss. Alter, die sind wieder extremst auf Speed. Ne. Oh, ne. Die verfolgen mich jetzt wieder ewig lange. So, hier müsste ich grad eben tatsächlich Ruhe haben. Äh, Silk Touch, Schwein meiner. Haha. Äh. Was bringt die eigentlich, wenn ich die jetzt aufsetze? Ui. Der hat einen Dreizack. Ui. Also, die muss ich nur definitiv verzaubern. Sag mal, greifen die denn... Die greifen den Organ. Die Schweinebacken. Boah, das ist fies. Das ist mal richtig fies. Und Nightwishen haut gar nicht mehr auf. Cool. Schöner Bug. Äh. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte einen Teddy suchen. Genau. Boah, das nervt grad, das Geflimmer. Ey, das ist aber voll fies hier. Habt ihr den jetzt getötet? Boah, ihr Arschlöcher. Nö. Au. Oh ja, es leckt grad. Stirb, Feuer. Hallo? Ja. Tot. Alter, hier ist noch einer. Wo? Da hinten. Hilft mir, Fischis. Ach so, da ist noch so ein kleiner Popelzwerg. Nein. Jetzt hab ich den Orca gehauen. Nein. Scheiße. Ähm. Okay. Okay, try it. Das haben wir ja schon. Äh. Grizzly Bear. Oh, es tut mir leid. Ich hab den Orca geschlagen. Ich muss mal, ich muss mal ganz kurz disconnecten. Also dieses Nightwishen Ding, das geht mir grad richtig auf den Sack. Ich hab den Orca geschlagen. Ich hab den Orca geschlagen. Viel besser. Nee, das ist Golem. Gollum. Ach, Eik. Oh, nee. Nee, nicht mal freisend hat man seine Ruhe vor denen. Äh, ein Teddybär oder so ein Huming-Broad. Oh Gott, das wird schwer. Ich finde erstmal ein Neta-Portal, schön. Zeig mal her. Looting, Fortune, Silk-Touch, das nehme ich mit. Schildkröten fehlen auch. Ich habe hier partout keine gefunden. Wieso gibt es eine Quest mit Schildkröten, Teddy? Ach, du Lecko-Mio. Höh. Was? Warum? Wie? Ich hoffe, jetzt komme ich die ganze Zeit neue nach. Teddy? Ja, er f... Oh, sieht das geil aus. Teddy, hilf mir. Du kriegst noch mehr Honig. Ich will dich jetzt ungern schlagen. Guck mal, dein Jungs kriegt auch Honig. Ich will das sehen. Hahaha, geil. Mann. Muss das in der Nähe von den Bären passieren? Oh, leck mich doch, ey. Nimm dein Junge mit. Ich will das nicht töten. Da ist es. Da ist es. Holy shit. Ich will das jetzt hier kommen immer mehr an. Oh, das ist ja wie die Flüsterer bei Walking Dead. Ja, natürlich hat er... Ach, komm. Sag mal. Du regenerierst dich, du blubberst rot. Oh Gott. Du ertragst das bloß nicht auf die anderen. Der sieht hässlich aus. Schau, wie nur das Kind Fetti jetzt hier ankommt. Oh, was ist denn jetzt los? Wieso kriege ich einen Anruf? Nasert. Die ist seit zwei Jahren unter dieser Telefonnummer nicht mehr zu erreichen. Ja, bitte. Tschüss. Ja. Da wollten sie meine Ex sprechen. Die wollten meine Ex-Frau sprechen. Teddy ist noch da. Das ist sehr gut. Alter, 44 Level. Willst du mich verarschen? Ich will sc... 45? Ich will scorniwohin damit. Und die kann man nicht mal speichern. Du bist der, der rot blubbert, ne? Du musst als erstes sterben. Sag mal. Wird langsamer Zeit hier, wa? Alter, was die mittlerweile ein Leben haben durch die Difficulty. Ich kann mal wissen, wie hoch die jetzt hier in dem Gebiet ist. Beziehungsweise, ja, wie ich sie mitgenommen habe. Teddy ist noch da. You are now off, car you will get bla bla bla. Oh, Herz... Oh, die kann ich wieder verkaufen. Oh, money, money, money. So, Teddy. Guck mal, Honig. Wieso haut der mich? Ey, hör mal auf. Der rutscht auf seinem Arsch. Guck mal, ich fütter dein Junges. Na, hässliche Elche. Nein, du kommst mir nicht zu nah. Ich brauche noch mehr Honig. Da, noch mehr. Sag mal. Bist du bald mal mein Freund? Oder nicht? Au, au. Hör doch mal auf. Das sieht schon geil aus, aber... Boah. Was? Boah, es hat sich gerade angehört, als ob von hinten einer kommt. Nein. Ess den Honig. Schön den Honig essen. Genau. Ich will, dass du mein Freund bist. Da. Oh, dein Junges kriegt auch noch mal was. Wie lange dauert das? Wie lange dauert das? Sag mal, der Kopf steckt mit dem Körper drin. Geil. Äh, ja. Tape man die überhaupt so? Ich weiß das gar nicht. Ich muss tatsächlich mal nachgucken. Gryzly Bear. Gryzly Bear is a large, blah, blah. Travel the Hunter's shoulder. Keep that distance from a Gryzly Bear. Distanz that become hostile when up from a Gryzly Bear. Oh, das ist Honig. Äh. Ich lese halt immer nur was mit Honig. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich weiß nicht, ob ich den großen tape kann oder nur den kleinen. Mein Englisch ist da nicht so bewandert. Hol dir doch den Honig, der da liegt. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Na ja, das war noch scheiße. Der wandert da rum. hallo ich hab bald kein honig mehr ich kann nur das jungtier au ok 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 ja du willst das so ok du willst das unbedingt so ich darf nur das jungtier jetzt nicht verletzen das brauche ich ewig bis der getamt ist genau so schlimm wie bei ark ok der ist down honig in die hand ich hab honig komm her braves baby komm komm hey wo bist du du sollst zu mir kommen nein das nicht warte mal scheiße shit ich hab kein holz mehr hier du kriegst noch einen honig beschäftige dich mal kurz kleiner hosenscheißer äh wo sind meine torches sind da 740 sekunden aber der hat 120 live holy shit so da kommt nix drauf nice da du kriegst noch mehr holen bringt das endlich was wenn ich dir mehr honig rein werfe das muss ich tatsächlich mal gucken ähm Pfeile Money Munition Kopf brauche ich nicht äh das das und das wird verkauft das bleibt das buch dahin äh das Eisen bleibt die Kartoffeln brauche ich tatsächlich auch nicht Rottenfleisch kann ich auch verkaufen so du bist jetzt bei 6 hundert fünfundneunzig 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 fünfundneunbing fünfundneun werksi blற das ist Untertitelung. BR 2018